das wird jetzt unsere runde warum weiß ich nicht ich sag es nur so um uns zu motivieren alles klar das wird unsere runde alles klar das macht genau was macht mir etwas angst ja 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 Hey das ist geil, du kannst von dem Dach wieder auf diese Plattform rüberspringen, da brauchst du die Leiter nicht hochgehen. Ja das ist cool. Hab ich grad mal ausprobiert. Das funktioniert. Oh hier. Was denn? Topa fängt schon wieder an. Ey ihr wollt mich doch verarschen, ich bin so weit weg. Das ist dumme Viehzeuger, das gibt's überhaupt nicht. Das ist so sinnlos mit diesem Viecher. Das macht einfach was. Ohne Sinn. Achtung. 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 Dieses Visier, aber das ist doch so zum Kotzen. Ich muss den anderen auch noch nehmen. Wenn jemand einen Medikits zieht, kann man durch Streitzwagen bitten. Achso, da drüben war eins drin. Na, dann glaube ich jetzt nicht noch mal gefahren. Ja, wir hätten einen Wagen. Ja, perfekt. Na, müssen wir hier in die Richtung. Wunde. Oh, noch 26 Wunden da, ich meine wöchentliche. Aha. 525. Ja. Da hast du schon ordentlich Hunde gekillt. Ja, ja. Bin auch jedes Mal dann immer zu den Hunden gerannt. 20 Feinden auf Töten mit Kopfschuss für die tägliche. Aha. 90. 18. Lassen Sie halt wirklich die Stimme machen, ich hab da ... Die Abformel, wenn ich sie treffen sollte. Ja. Ja. Hier ist nochmal eine Versorgungsbox Ihr dürft Dankeschön Ich habe eine Chaosbombe weggeworfen, das kann ich nicht wundern Das ist ja auch meine Axt Dann kann ich die letzten Schuss machen Ja Dann lass mir ein Messer abstechen Wenn er eh den letzten Schuss machen will Ja guck mal, da kannst du aber jetzt schon anfangen Na jetzt Ja, ist immer noch weiß Da ist ein Pferd Und hier liegt eine Axt, Alter Das hier ist auch ein tolles Spot Kannst du denn da was durchsehen? Ja Da kann ich bis zu Dings Zu Ranch rübergucken Ok Da kommen welche Weiße Haus, 285 Wer wagt das eigentlich immer von meiner Flindern zu rennen? Schuss von der Nitro Gefällig, was? Ja Tot Hä, wie das? Machst du da auf dem Dings oben? Ja Ja Wollen wir mal gucken Oh Machst du da? Hinter dem Ding? Einer auf 255, nicht einer auf 255 Alter, der hat mich durch das Ding gebetet, ey Alter Ich geh raus, ne? Ich auch Hebt lieber auf, bevor es einer aufhebt Ey Von hier rechts Kommt ein Ja Der eine, der ist über das Feld Ich hab eine Schon wieder von dem gleichen, ey Mein Gott Also Bei 270 sind zwei, meinst du? Ihr könnt jetzt nicht rein theoretisch aufheben Ich will den noch schnell abfackeln Machst du, die anderen sind bei 270 270, okay Einer hat 270, einer hat 315 Der eine, der mich immer erschossen hat, war der 074 Okay Ich seh den nicht durch das ganze Gestrüpp da 345 ist der gewandert Der andere ist immer noch da, ey Da irgendwo Ich hab den da hinten nie gesehen Doch, guck Von da ist er wieder Ich seh den da hinten nicht Der ist da irgendwo Leck mich doch, ey 3 Mal von dem 3 Kopfschüsse von dem Das glaube ich manchmal nicht Ich hab einen Machst du, hast du wieder einen? Ja Ich hab einen Ich hab einen Spieler getötet Ja Okay Dann den nächsten Kandidat Kandidat der andere mich ja kann ja mal gucken ob hier noch einer ist ich hab da vorne nur einen gesehen der dich ja zerschossen hat noch einer von hinten matze andere richtung ich muss mich kurz halten ja aber die kommen schon die rennen gerade bei matthias zwei uhr hast du gehört ne 2 uhr circa da drüben ja ungefähr jetzt also waren sie gerade am rennen gewesen aber jetzt einer ist auf der brücke glaub ich hast gesehen ja ja einer ist auf der brücke hatten hat der sheriff 1,36 gandee Vielen Dank. Na einer ist jetzt bei meiner Leiche. Vielen Dank. Hey, wie heiß, Alter. Ich denke an Heilung. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020